Ah, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich kann die Seriennummer des Steines sehen. Ne, das ist doch schonmal was. Anker? Ja, ich musste gerade noch Segel machen. Erstmal den Funkelstein holen, um Fianna zu beschwören. Ich nehme die Kiste. Mal gucken, wer die haben will. Willst du die haben? Ja. Ja. Naja, immerhin. Jetzt wird das Ding haben. Naja. Naja. Wollen wir mal den Totenschädel mitnehmen? Naja. Naja. Die Oskurin darf mich nicht mehr so böse angucken. Ja. Beschwöre ich mal Fianna. Beschwöre Fianna. Diana ist nicht erschienen. Nicht? Nein. Keine Reihe. Ich glaube der Stein war nicht in Ordnung. Es war eine Fälschung. Ich glaube beim Wahrsager. Ja. Das ist ein komisches Zeltding. Das ist ein komisches Zeltding. Ja. Dann gehe ich mal auf Schiff zurück. Mhm. Gucken, wo diese Stock Bay ist. Ah, hier. Die Welt. Oh, immerhin. Dann ist es wenigstens nicht meine Schuld. Ich bin jetzt mit dir. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Dann kann ich mich nochausch. Ich kann mich umsetzen. Wenn ich mich bei dir. Also in die Welt zurück bin, wenn ich mich überraset habe. Den Frick Bay, da. Hier jedenfalls nicht sehr einladen, oder was? Nö. Aber da sollen wir hin. Nö? Laut diesem... Riechen. Na dann gucken wir doch mal. Mehr wie untergehen können wir nicht. Nö. Unter uns? Muss das sein? Muss noch weiter drehen. Ich drehe. Aber ich gebe mir Mühe nicht durchzudrehen. Gut. Hey, da muss ja schuld sein. Geht noch? Müssen wir am Wrack vorbei. Okay. Ja. Dreh ich mal noch ein bisschen. Ja, gerade. Mischen den Inseln durch. Mö. 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 Ja. Mö. 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 Wird man eigentlich auch irgendwie tanzen? Ähm, ähm... Wo sieht man es wieder? Haben wir Burstet? Wenn jemand Geburtstag hat, wird das Spiel kurz geladen. Nimm mir fest, der wieder raus. Ja, Weihnacht, ne? Ja, ich bin nicht da. Dei the de 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 de. Dein Was tröst ihr aber? Gucken wie du tanzt? Ah, das Ding erinnert so an, ähm... monkey island ein bisschen steuer war da ist noch ein felsen zwischen ich will das zuhause dass ich die länder wechseln kann ja immer nur dasselbe lieb wäre ja auch so wohnen wir das erst keine gute erfahrung vor allem weil wir dann immer so schnell geplündert werden bedenke bitte was beim letzten mal passiert ist die sind diesmal unterwegs ich habe diesmal etwas ungefährliches gefangen versenkt nein und außerdem sind wir unterwegs da kann es nicht so schnell passieren ja der passt jetzt im wettbewerb ja diese da ist das steuerball ja ich Das Schiff dreht durch. Ja, ich muss das Wasser unten drauf nehmen. Gucken, einer hat hier hingepiegelt. Niki. Ja, 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 ja. Oder hat Fiana hier versucht unten Blumen zu gießen? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube, wir sind angekommen. Ja, ich, äh... Ich stelle das bloß nur gerade fest. Netto. Schippst du das einfach wieder rein? Ja, irgendwie habe ich gerade die Taste zu früh gedrückt. Ach ja. Es regnet halt, ne? Ja, was eigentlich total unlogisch ist, dass dann das Wasserschiff so schnell voll läuft. Wenn's runter geht, geht's runter. Oh. Hm. Was steht hier denn jetzt? Dann müssen wir wohl mal da hin. Und gucken. Hm. Alter, wieso brennen wir? Äh, keine Ahnung. Eis. Hoh. Hoh. Ähm. Hoh. Hoh. Da sind doch gar keine Blumen, die ich gießen könnte. Deswegen hast du ja auch den Boden gegossen. Hoh. 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 Wasser geschippt. Schatz. Hä? Wenn du wieder mit dem Feuer spielst, ne? Kann ich da nix für. Ich hab um einmal eine Hand gehabt. Jaja. 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 Es hat aufgehört's regnen. Ja, immerhin. Dann können wir unsere Schiffe immer wieder trockenlegen. Jaja. Hoh mal den Föhn. Das wird ne lange Nacht. Waaah. Wird denn das nicht trocken? Jaja. Ich bin nicht. Ich hab nichts gesehen. Oh nein. Schon unterwegs. Super. Das ist sehr gut. Was ist das jetzt hier auch nicht? Wir haben eine Schwelle. Eine Sprügel. Ich glaube ich hab trocken gekriegt. Ja? Jo. Sieht sich das sehr gut an, Schatz. Ja. Ist trocken. Ach. Ist super. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal gucken, was da los ist. Ja. Danke für deine Unterstützung, Fianna. Ich hab mal ne Kiste. Ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Ein Oiki. Ein totes Oiki. Ein totes Oiki. Ein totes Oiki. Ja. Du machst davon. Boah. Ich hab nen Schnitzel, Schatz. Ich hab nen Schnitzel. Ja. 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 Da kam mir noch nen Schnitzel entgegengelaufen. Gibt aber viele Schnitzel hier. Oh, das sind Hühnchen. Toll. Jetzt hier oben. Ah. Ja. Anunter der eingesperrten Überreste des meuternden Piraten. Den Westen ist es Zeit um herzustreifen und nach 5 Schritten im Ost-Süden zu Schaufel zu greifen. Aha. Lass mal den meuternden Piraten finden. Okay. Wo ist Sianas Mann, der gemeutert hat? Keine Ahnung. Wir müssen ihn suchen und zur Rechenschaft ziehen. Ich hab ne Obstkiste gefunden. Was denn? Ach, da unten ist einer. Huiiii. Bist du der meuternder Pirat? ProGoset? Ich glaub nicht, oder? Ja. Ja. Ich füge dich, du bist ja... Du bist besser... Weiter, du Pirou! Du mitnig, ist er? was haben wir hier ein skelett nicht dass wir auf mich ich hab mal bumm gemacht ich hab's gehört bis hier rüber diese schreibweise an unter den eingesperrten überresten des modernen im westen ist es ja wie niggi maybe das kann ja auch vieles heißen vielleicht war das mal ein schweinewachter das könnte gut sein da sind wir schon wieder eine flaschenpust also hier bei dem fakt ist mal gähnen das nicht nicht wirklich was interessantes dründen ich habe zwei fässer eine schwimmende sau da kommt man ziemlich schnell rüber sie geht noch nicht mal runter nee naja weiß doch der ist rund oben oh was hast du hast du was gefunden ein lockbuch oh hi schatz hi sag mal was passiert wenn ich das hier mache ja warte bis eben gerade hat das nicht klappt bin ich hier komplett rüber gelaufen macht denn der das jetzt nicht eben gerade bin ich hier komplett rüber gelaufen ja sah sehr komisch aus muss ich gestehen mein mann hat gefunden ey ich spar mir voll die zeit scheiß auf schwimmen ey